Was wolltest du als Kind werden? Ich wollte immer schon Schauspieler werden. Es gab nie einen anderen Beruf, den ich haben wollte. Ich wollte zwischendrin auch mal Pilot werden, Rechtsanwalt. Ich wollte Eishockeyspieler werden. Ich wollte so viele verschiedene Dinge werden, dass ich dachte, ich muss Schauspieler werden, damit ich Eiders irgendwann mal spielen kann und dann dadurch bin. Wodurch bist du dann als Schauspieler überzeugt worden? Ja, also sagen wir es mal so, ich war in der Schule nicht so wahnsinnig gut. Es blieb mir gar nichts anderes übrig, als Schauspieler zu werden. Ich musste es werden. Worauf freust du dich bei der Show von Frag doch mal die Maus? Ich freue mich auf tolle Spiele. Ich freue mich auf meine Partner im Team. Ich freue mich auf die Herausforderungen. Ich freue mich aufs Tanzen. Ich habe gesehen, wir müssen heute tanzen. Ich bin jetzt nicht so ein toller Tänzer, aber mit so Puscheln am Fuß macht das sicher Spaß. Und wie hast du dich auf die Show vorbereitet? Gar nicht. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, weil es hätte überhaupt gar keinen Sinn gehabt. Und jetzt noch mal zu was ganz anderem. Warum magst du denn den Frühling so besonders gern? Oder was magst du daran besonders gern? Wie gern ist denn die Maus? Also es gibt viele Dinge, die ich am Frühling mag. Ich mag es, dass es wärmer wird. Ich bin nicht so ein wahnsinniger Freund von Kälte. Ich liebe den Schnee, aber am liebsten mag ich den Schnee, wenn die Sonne draußen ist. Und ich freue mich, dass die Tage wieder länger werden. Ich freue mich, dass die Blumen blühen. Ich freue mich, dass die Röcke kürzer werden. Ich freue mich auf ganz viele Dinge im Frühling. Ich freue mich, dass die Röcke kürzer werden.